Oh Gott! Oh, oh, oh! Äh, äh, äh... Was war's? Was war's? Was war's? Für das Online-Spielen, ich wollte mich einfach mal in die Online-Schlachten stürzen, ähm, habe dann aber eine Viertelstunde gesucht und irgendwie einmal einen Raum gefunden mit einem Gegenspieler. Fand ich ein bisschen wenig, deswegen... Einzelspieler. Wir können ja in verschiedenen Disziplinen teilnehmen, ich finde diese 100 Meter laufen aber relativ boring, muss ich sagen, ich habe ja noch nichts gespielt davon, ähm, Fußball, ja, ich würde sagen, wir versuchen einfach mal surfen und, ähm, stürzen uns in die Wellen, führe Tricks vor, um Punkte zu holen, die Wertung der Teilnehmer basiert auf den Gesamtpunkten, die sie innerhalb der Zeitlimits erholen, okay, drücke A, um eine Werte zu paddeln, Wellen sind unterschiedlich hoch und lang, also such dir eine gute aus, ja, alles klar, und, äh, ja, Richtung steuern, A, drücken, um Lufttricks auszuführen, ähm, okay, wenn die Superkraftanzeige voll ist, halte R gedrückt und drücke gleichzeitig A für einen Supertrick. Okay, das sollten wir hinbekommen, wir nehmen, wen nehmen wir denn? Ähm, ich würde sagen, wir nehmen Donkey Kong, weil er einfach eine Elfe auf dem, ähm, gegen Waluigi, Knubbels und Tails, ähm, ja, ich bin, bin bereit, ich meine, ich bin ja quasi ein Surfer. Achso, jetzt habe ich verstanden, okay, das war jetzt nicht ideal, weil das war nicht die gute Welle, aber wir nehmen sie, machen direkt mal ein Fast 360, aber jetzt versuchen wir es nochmal, wir legen da los, springen, okay, das muss besser werden, okay, das ist auch nichts, kann man hier ganz wie Sixy springen? Schnell drehen, ah, ah, okay, verstehe, das sagt er mir jetzt. Welle zu Ende, ich wollte hier eher, ah, oh, okay, das war nicht ganz so gut, glaube ich, okay, nächste Welle, ähm, die hier scheint ganz gut zu sein, okay, große Welle, ja, habe ich auch richtig gehabt, aber perfektes Timing, okay, ähm, habe ich hier R und, nee, noch nicht, okay, das war nicht so gut, einmal einen Turn machen, hier runterheizen, Alter, oh, okay, oh, Gleichgewicht, ich bin hier im Cube drin hier, im Cube meine ich, Wahnsinn, da komme ich hier irgendwo raus, Ende, ah, ah, okay, der ist zu Ende, Welle zu Ende, ja, das hat doch mal richtig Points gegeben, okay, nächste Welle, man sieht es halt einfach nicht, ich würde mal die nehmen, ah, das war eine kleine Welle, aber wie kann ich den Super denn hier aufladen, Straight Air Front Flip, okay, ich will einen 360 machen, kann doch nicht sein, ah, okay, ich muss in die andere Richtung, glaube ich, zu früh, okay, Welle zu Ende, naja, ich weiß nicht, was ich für Punkte, noch eine, nächste Welle, nächste Welle, also gefühlt sind, äh, ähm, die noch nicht so, äh, äh, stark, die hier nehme ich, ähm, die Drehung, Zeit, oh, komm schon, höchste Kombo, ja, ich weiß, also es war eigentlich so ideal, ne, darf man, darf man schon mal sagen, Alter, ich bin sogar letzter geworden, okay, ja, auf ein neues, ja, große Welle, ich glaube, ich habe auch zu schnell, äh, zu oft, äh, 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 ah, 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 perfekt, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir der Sache schon näher, jetzt kommen wir der Sache schon näher, ah, jetzt komme ich hier, Gleichgewicht, achso, unten ist da, muss man Gleichgewicht halten, okay, zack, zack, Welle zu Ende, wunderbar, Ich habe ja keinen schon mal, nächste Welle, ich glaube, ich habe zu oft, ah, hintereinander gedrückt, so, etwas zu früh, okay, verstehe, wie kann ich denn einen neuen Trick machen, ich kann ja nicht nur, äh, nicht nur so, verflucht nochmal, Ey, ich muss doch hier einen richtigen Trick machen können, Sprung, die war jetzt gerade gut, die gekommen ist, äh, die ist glaube ich zu egal, so, das heißt, ich kann nur erstmal einen Trick ausführen, oder was, okay, zu früh, muss ich über das drücken, was da oben steht, jetzt habe ich B gedrückt, okay, ist ja nicht schlimm, okay, oh man, lass mich doch mal, so, jetzt, nächste Welle, wir nehmen jetzt einfach irgendeine, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, große Welle, vielleicht kriegen wir einen Einsprung hin, ein Satz mit X, das war ja nix, okay, mit dem Springen habe ich noch nicht so raus, so, naja, wir sind zweiter geworden, okay, es scheint mir, dass mir das Surfen noch nicht so ideal liegt, aber gut, das ist aber mein allererstes Mal Surfen hier, ähm, ja, kann man mit leben, wir wählen aber nochmal eine andere Disziplin aus, und zwar nehmen wir, Bodenturn, Bodenturn, meine Freunde, ähm, A drücken, A Y, oh Gott, oh Gottes Willen, man muss, das auf dem Bildschirm drücken, ähm, ich bin so schlecht im Merken, weil ich auch noch unterschiedliche Controller spiele, ähm, okay, wir versuchen es einfach mal, ja, ich meine, Donkey Kong, der kann doch eh alles, okay, wiederholt A drücken, X, L, ich schaffe es einfach nicht, achso, oh, sorry, okay, oh Mann, ich dachte, ich wusste nicht, dass er nochmal springt, äh, warte mal, äh, 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 was, Y, Leute, äh, Balance, der kommt noch zurück, okay, verfehlt, auch das verfehlt, ich hab null Punkte bisher, äh, er, 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 0,96, oh Gott, oh, oh, äh, äh, was, 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 okay, Leute, das ist, das probieren wir nochmal, okay, ähm, es ist vollkommen, also für mich, A drücken, X, und einmal, aha, aha, so wird ein Schuh raus, B, X, und drehen, aha, so, jetzt hab ich auch raus, ne, so, äh, äh, okay, Y, Aha, guck mal jetzt hier an, was muss ich jetzt machen, oh, ja, 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 aber da, da, da hinhalten, da schau ich nicht hin, aber, okay, aber, okay, 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 Y, ist ja gar nicht so schlecht, jetzt, das ist von richtig mies, oh, von richtig mies, auf, Platz 1, oder, 12,254, ah, guck mal, guck mal, ja, so rum wird ein Schuh raus, ne, aber das war beim ersten Mal echt, ich wusste, ich war komplett überfordert, komplett überfordert, und da das Ganze so super läuft, da machen wir natürlich noch eine andere Disziplin, ja, wir machen da jetzt noch eine Disziplin, ähm, gucken wir einfach mal, äh, ich will natürlich irgendwie das machen, das jetzt hier so, ähm, wo ich natürlich eine richtige Rakete drin bin, ja, ähm, Tischtennis, ja, das ist jetzt nicht so, Badminton, Skateboard, Boxen, Sportklettern, Diskus werfen, ähm, Sp, Bogenschießen, Reitsport, ich bin mir nicht so sicher, ähm, ich nehme einfach nochmal, äh, nochmal, äh, ich nehme, ähm, ähm, ich glaube ich nehme Bogen schießen, ähm, einzeln, ähm, ja, halte L, um den Bogen zu heben, halte R, um ihn zu spannen, Ziele mit, mhm, in der, okay, ja, das werde ich irgendwie hinkriegen, wir nehmen, ja, wir nehmen Kong, wir haben jetzt eine Serie mit Kong gemacht, ja, dann nehmen wir jetzt die Serie auch mit Kong, ähm, okay, schauen wir mal, weiter, okay, also, R spann, Runde 1, äh, drei Runden gesamt, verstehe, ich spanne, R halten, ah, okay, und dann mit, drei Meter von rechts kommt der, wie, wo ziehe ich der mit, ach, hier mit, äh, drei Meter, wie viel ist denn drei Meter die Sekunde, ist das vier, ist das wenig, ich schieße mal hier hin, okay, drei Meter scheint, äh, nicht so viel zu sein, ich wollte nicht loslassen, ach so, das ist Training, ach, okay, im Training hauen wir mal einen in den grünen rein, hier, pass auf, ja, gleich erst, komm, oh, ich dachte, ich wollte ein bisschen nach oben ziehen, spannende, ja, okay, antreten, ach so, ich kann jetzt antreten, gut, wir starten jetzt natürlich, weil, ihr habt es ja gesehen, dass ich richtig, äh, ich hab's richtig drauf, äh, mit dem ganzen, jetzt zittert er aber mehr als gerade beim Training, würde ich mal sagen, und da haben wir natürlich mal direkt zehn, aber jetzt ist auch natürlich noch keine, kein, äh, kein Windchen, jetzt kommt ein bisschen was von oben, das heißt, wir zielen so ein bisschen dahin, neun Komma irgendwas, neun Komma irgendwas, ja, ja, ne, aber da muss ich ein bisschen, äh, auch ein bisschen höher, weil der verdient ja wahrscheinlich auch so in Höhe, ne, 9,932, auch nicht so schlecht, ja, ach so, es gibt nur zwei Schüsse, wie viel Platz sind wir? 50, ah, guck mal, wir sind 16 Punkte fast vor, wir sind ja richtige Abräumer, ja, und jetzt sind wir bei wie vielen Metern? 60, zwei Meter, das heißt, wir schießen hier oben hin, würde ich sagen, Alter, der riecht ja, Mama, der macht ja richtig, richtig einen Bogen, äh, dann gehen wir hier oben hin, würde ich sagen, hier, so, da hauen wir den hin, oha, ich bin, ich bin der Snipergott, 10 Punkte, ähm, ich würde sagen, wir bleiben auf Platz 1, 70,032 mit Platz 1, da sind wir fast 20 Punkte, fast vollständig 20 Punkte, haben wir Sonic hinter uns gelassen, ähm, ja, das war doch mal, äh, eine gute Disziplin für uns, ja, ich denke mal, wir haben uns jetzt drei Disziplinen, angeguckt, ähm, ich muss mal sagen, mit dem Surfen würde ich mir noch mal gerne angucken, äh, was man da machen muss, weil, irgendwie, weiß ich nicht, man muss ja auch höher springen können, habe ich noch nicht so ganz genau, äh, verstanden, äh, Bodentouren, der erste war auf jeden Fall Fail, ähm, ja, Bogenschießen, Sniperkönig, äh, was soll man dagegen tun, ähm, ja, vielleicht war das erste Mal, dass ich das gespielt habe, irgendwie macht es Bock, ich werde das nochmal ein bisschen testen, vielleicht kommt auch nochmal ein Video, ich bin raus, haut rein, bis dann, Ciao.